Okay, danke fürs Draufklicken. Heute eine spannende Geschichte. Die Maria ist heute bei uns und schaut euch die Haare an. Das ist doch mal eine Herausforderung. Ihr seht, guckt mal hier, da ist eine ganz starke Naturwelle drin und hier in dem Bereich wurde eine Keratinklettung gemacht und die Längen, die sind auch wieder relativ glatt. Und wir haben telefoniert und die Maria hatte eben mich gefragt, ob ich mir zutraue oder wir uns zutrauen, das wieder gleichmäßig zu bekommen. Ich habe ihr gesagt, ja, zutrauen tue ich es mir schon. Es bleibt ein kleines Restrisiko, dass die Keratinklettung sich wieder durchsetzt. Aber wir tun unser Bestes. Ihr seid dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017